hallo und schönen guten abend zu einem neuen alien video also ich bin jetzt abends ja so spielen wir hier mal weiter wo wir aufgehört haben ja was hat jetzt was zu bedeuten okay da müssen wir hin okay gehen wir dahin licht wo geht es dahin das soll nur ein einzelner raum sein okay ja dann gucken wir doch mal ja das ist genau das was ich haben will da fehlen mir noch unheimlich viele von elektro schocker nehmen wir mal minikett so kann ich hier nichts abgreifen kein bauplan nix was ist das für ein ekelhafter raum hier das ist ja widerlich also wenn ihr das spiel spielt den raum könnt ihr euch sparen wir hier weiter ach jetzt weiß ich was das ist hier laufen auch die ganzen syntheten rum hier unten da unten muss ich nehme ich gleich auch noch lang etwas stimmt nicht mit ihren syntheten das team das ich zum ausschlachten des unteren wohnbereiches beordert habe hat plötzlich angehalten sie haben irgendwas von gefahren eindämmungsbefehlen gefaselt haben versucht in die kontrollkabine einzudringen und sind dann einfach abgehauen ich weiß dass ich ständig beschwerde über diese unheimlichen glatzköpfigen schweinehunde aber diesmal kann ich beweisen dass die nicht richtig verkrabbelt sind ich habe morgen eine verabredung mit ihrem vorgesetzten spätting und ich werde ihm ordentlich den marsch blasen wenn er ihnen das den marsch bläst das kommt mit besten grüßen von mir gut oh mein nein jetzt ist aber auch der wurm drinnen ricardo der leiter ist vorübergehend offline ich habe hier die apollo schaltpläne vor mir sieht so aus als könnten sie über den turminenschach zugange halten da müsste irgendwo eine notabschaltung in der nähe sein aber sie wird nicht ewig abgeschaltet bleiben sie müssen schnee da rein ach ja so jetzt muss ja genau gut wo kommt denn noch nicht nicht die geht gleich auf die tür wo sie jetzt sind ja toll das ist so knorkel wozu haben die den raum hier gemacht also es ist jetzt wieder unbegreiflich Ich glaube, hier war der Raum, wo es auf Schnelligkeit ankam. Oh Mann, die scheiß Syntheten. Die gehen mir auf die Nüsse. Äh, äh, äh. Turbine ist aus. Der Weg sollte jetzt frei sein. Beeilen Sie sich. Wenn Apollos Systeme überhitzen, werden Sie neu starten. Geh rein, geh rein, geh rein, geh rein, geh rein. Oh. Das wird knapp. Viel Glück. Ripley, Sie gehen immer tiefer in Apollo und Ihr Funksignal wird schwächer. Die Verbindung wird bald abbrechen. Super. Drücken Sie mir einfach die Daumen, okay? Da unten werden Sie einige Hiwis auf Sie warten, Rip. Könnte gefährlich werden. Samuels hat sich geopfert, damit ich es hierher schaffe. Ich muss es versuchen. Ich fand ihn schon immer recht nett für einen Syntheten. Ich auch. Okay. So. da habe ich jetzt aber richtig versuchst schon mal gut dass ich das beim ersten mal geschafft habe so ich muss da lang ja das war ja dieses gefummel von hier oben der nach unten dann war da noch was und denn in der mitte und mittendrin dann überall die syntheten die ein denn nach dem leben trachten aber gut darum der haupteingang ist versperrt irgendeine idee was ich jetzt machen soll ich kann sie nicht hören ihr signal ist zu schwach ricardo verdammt falls sie mich hören können finden sie einen anderen weg um kontakt herzustellen etwas stimmt nicht mit meinem hörer ach ja jetzt muss ich ja die gasmaske finden da kann ich schon mal nicht lang muss ich da da kann ich nicht hin da muss ich jetzt nicht da lang ach ja ich habe die knallen ja gar nicht hier habe ich ja nichts am start stimmt ja so was war denn jetzt hier der kürzeste weg ja eigentlich da durch die tür aber das geht ja nicht so welcher weg war denn jetzt noch am besten ich habe gar kein rum ne egal welche seite man nimmt es ist die verkehrte seite ach ja keine ahnung ach so also die hier schon auf geht doch okay ich kann jetzt dadurch dadurch leute ihr macht mich echt fertig ist schon wieder so geil müsste und ich habe nur die sachen die ich dabei habe jetzt hier sind keine sicher warum muss ich denn jetzt überhaupt hin also ich muss da hinten durch die also dahin oder ich könnte theoretisch ich muss echt ja da steht ja einer das wasser sieht geil aus gut dann sind wir schon mal da jetzt muss ich nur noch den gang da oben dann bin ich schon da wo ich hin will aber irgendein raum war auch kacke ich weiß nur nicht mehr welche hier unten war nur einer welcher oben war denn der wo du so viele waren ach ja ach ja ach ja das ist noch richtig ach 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, da soll er schon sein, okay? Speichern wir jetzt oder später? Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Linker Serverspeicher aktiviert. Rechter Serverspeicher aktiviert. So. Wunderschön. So. Ich hab's gewusst. Und da muss ich hin. Das ist schon schön. Da haben wir aber den geringsten Widerstand. Gespeichert haben wir da. Da muss ich da hin. Also da läuft auf jeden Fall schon mal einer. Das wissen wir ja nun. Aber hier diese Seite sind nur zwei. Ja gut. Gucken wir mal. Ja. 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 Es geht im Kreis okay. Wo ist er denn nun? Oh, der ist ja garantiert stehen geblieben. Hä? Oh, die Kassa ist so eine Kacke, ey? Okay, ich muss eine von Ihnen einschalten, um Zugang zu den Sicherheitsspeichermodulen zu erhalten. Das muss zum Kern führen. Ohne Strom läuft hier nichts. Oh, ja, geil. Okay. 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 Nach Ihnen zu suchen verschwindet wertvolle Firmenzeit. Zeigen Sie sich, zeigen Sie sich, wo Sie auch sind. Verschwunden. Eine Zeitverschwendung für uns beide. Kacke. Verdammte Axt. Ja gut, aber was soll ich machen, wenn die hinter mir hier sind? Wenn ich jetzt Waffen hätte, könnte ich die erschießen. Jetzt geht das alles nicht. Oh, ist das schön. Oh Mann ey. Gut. Gut, das habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Aber na gut. Dann können wir, oder kann ich auch gleich mal in hier lang gehen. Wieso piept das Ding denn nochmal? Nein. Oh. Wollen Sie mehr über Silvester-Bot Sicherheitsvollschriften erfahren? Ah, nicht unbedingt. Aber ich habe den Elektro-Schocker, ne? Warte mal. Den könnten wir hier ja nicht einsetzen. Moment. Hehe. Da sind ja nur zwei. Ja. Okay. Falls mein Service Sieg zum Standard widersprechen sollte, legen Sie bitte Beschwerden an. Oh, hat er mich jetzt echt nicht gesehen, das wäre jetzt cool. Hilfe, von Anfang mit Ende. Ja. Ja, komm schon mal, ich muss wissen, wo du jetzt langläufst. Ich bin ja immer gespannt, wie der funktioniert, ich habe ihn selber noch nicht eingesetzt. Ach, man muss den erst ziehen, ja super. Ach ja. Ja. Wo läuft denn der lang, ey? Falls mein Service Sieg zum Standard widersprechen sollte, legen Sie bitte Beschwerden an. Der läuft da lang. Der läuft da lang. Ja. 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 Wenn Sie diese Anlage in einem unangehbaren Zustand vorführen sollten, winden Sie sich bitte an mich. Oh, shit, ey. Beruhigen Sie sich. Unterlassen Sie das. Ungerlich fertig. Na, das schaffe ich ja gar nichts hier. Moment. Mensch. Oh, jetzt sind die zu nah dran. Was ist denn da an, du? Nein, ich doch nicht. Dann kommt mal her, hier. Hier bei einem Flitzpiegel. Hey, was ist mit euch denn los, Alter? Wieso wirken die nicht? Bist du das? Deshalb ist Feuer. Bist du? Bist du? Bist du? Bist du? Bist du? Bist du? ja geil wo ist das ja man sollte sich denn nicht selbst und brand stecken eigentlich will ich das ja nicht gar nicht alles einsetzen aber auch gut ja 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 vous Wo bin ich hier jetzt eigentlich? Da! Och, Mädchen! Hä? Ja, wo seid ihr denn? Kommt bald her! Ach ja, so hatte ich das jetzt nicht gedacht. Ah! Welch Befriedigung! Mit den Elektroschockern, ey! Was ist denn da los? So, Meister, hast du überlebt, oder was? Oh, ey, du machst mich fertig mit deinem Elektroschocker, ey! Ey, Alter! Hey! Hey! Quatsch! So! So! Muss ich den anderen auch noch, oder was? Durchsuchen sie die Rechte? So! Muss ich auch noch was machen? Okay! Auch verkehrt! Boah, was ist denn hier los? Welcher ist denn richtig? Okay! Das war... Das war's jetzt, oder was? Gucken! Äh! Ne, das war ja verkehrt! Äh! Ah! Okay! Jetzt... Ach, jetzt muss ich zu Apollo hin! Okay, aber... Geht das denn da jetzt? Cool! Geringe Energie? Okay! so so dann machen wir hier jetzt erstmal ein cut dann würde ich sagen geht es im nächsten video weiter haben wir auch jetzt schon gut wieder was geschafft jetzt sind wir ja zumindest sind schon mal hier im kern ja okay dann bis zum nächsten mal